Ah ja. Aha. Juh. Oh, gib mal her. Oh ja, schön. Dann habe ich wenigstens Munition für die Laserschrons. Kanone. Sehr gut. Ah. Oh, den hat es völlig zerlegt. Haha. Gut. Ist hier irgendwas? Medipack? Ja. Ah. Das ist mir hier zu ruhig. Es ist viel zu ruhig. Es ist viel zu ruhig. Entschuldigung. Das war gemein. Wie ein Regierungssprecher mitteilte, soll ein zweiter Black Hawk Hubschrauber in Orban abgestürzt sein. Zuvor wurde ein Black Hawk von einem Hubschrauber abgeschossen, der vermutlich der nicht identifizierten Terrorgruppe gehört, die das Hauptquartier von Armacom heute gegen 16.30 Uhr übernommen haben soll. Die Ursache des zweiten Absturzes wurde noch nicht ermittelt. Unklar ist auch, ob es Überlebende gegeben hat. Aha. Geht weg weg. Wo soll ich hin? Du Schwein. Entdeckung? Wo soll ich hin? Ja. Wenn ich dir das sagen könnte, ne? Na? 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 Okay. Oh. Hallöbchen. Ja. Ich bin hier oben aber noch nicht fertig. Hier hinten war auch noch was. Ach ja. Von da bin ich ja gekommen. Haha. Okay. Gut. Alles klar. Das heißt, ich muss, äh... Hier ist einer aus dem Fenster gefallen. Ich muss hier runter. Aber das bedeutet, wir machen erstmal den F5-Finger. Nicht wahr? Und dann springen wir genau auf die Matratze. Oder... Auch nicht. Rüstung? Hallo, 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 hallo. Nein. Jüt. Weiter geht's. Oh, hier ist Licht. Licht. Zu viel Licht. Suchen Sie den Rammelmeier-Industriepark. Ja. Den Rammelmeier-Industriepark. Hä? Hä? Ist das die, die Sie suchen? Alter! Sie riecht gut. Mach keinen Quatsch! Nein! Alter! Boah, Vettel, ey. War das jetzt eine Vision, oder? Naja, sonst hätte sie ja geschrien, ne? Okay. Wir sind ein wenig angespannt. Oh, Alter! Boah, mach das nicht, ey. Almar, du bist böse, böse, böse. Sie hat mir sehr viel erzählt. Alter, nee, ne? Boah, ich dachte schon. Boah, dieser... Oh, oh. Wo bin ich jetzt schon wieder? Oh, immer diese Vision. Die Tür ist zu. Almar? Hey, Almar, ich tu dir nix. Uah! Okay. Alles cool, es ist nur in deinem Kopf. Es ist nur in deinem Kopf. Lieber nochmal speichern. Es ist nur in deinem Kopf. Ich hab so das Gefühl, dass ich hier rausspringen muss. Ich will aber nicht. Ich geh erstmal vorher nochmal aus dem Klo. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ach, ist auch besser. Entschuldigung. Aha! So, der Vierfrontmann hat die Replika-Streitkräfte, die die Helikopter-Absturzstelle sichern wollten, erfolgreich eliminiert. Nicht wahr? Alice Wade wurde vermutlich vom Paxen Vettel gefangen genommen. Alice und Harlan Wade in Sicherheit zu bringen, ist die Priorität. Priorität. Gut. Was machen wir das? Ja, Sol, danke. Toll, du weißt echt, wie man jemanden aufbaut. Das ist echt super. Das ist natürlich wenig Deckung. Wenn ich da jetzt hier rauslaufe, in diese schmale Gasse, dann bin ich gleich am Arsch. Ja, na du? Was? Du bist da? Geht ihn zurück. Okay. Oh. 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 Scheiße, ich kann nicht hinter dir die Müll tun. Ah. Alter. Oh. 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 Okay, ja, äh, sorry, ich war gerade in Gedanken, ich bin da willig... Ja, Anschleichindektion 1, bitte stoßen Sie gegen so viele Mülltonnen wie möglich. Oh nein, warum, ich hab euch doch überhaupt nichts getan. Alter, das hat mir wehgetan. Nur die 3? Nur die 3, okay. Okay, hast du noch Munition? Hast du Munition? Alter, hast du Munition? Falsche Knarre, Mann. Gut, also, ich kann... Halt, da war ein Geräusch. Oder? Oder nicht? Sag doch mal. Dunkel war es, da Mond schien Helle. Okay. Ich speichere lieber mal, jetzt wo ich Rüstung und Medipacks hab. Man weiß ja nie, was du... Ähm, ernsthaft? Ah, Checkpoint. Nicht gut. Gut, so viel Zeit hab ich noch. Zu viel Leerraum. Zu viel Leerraum. Alter, gut reagiert. Huah. Alter, warum tust du das? Das war immer dermaßen von... ... ... ... That's work. ... Das war's für heute. Schweine... Äh... Wie viel Schuss? Wie viel Schuss? Acht! Halt die Fresse mal! Ui... Oh! Schade! Einen letzten Fünf Schuss! Wie kann das? Das auch! Aha! Der ganze Schrott, den ich brauchen würde... ...liegt da raus! Das ist doch... ...unverschämt! Eine Unverschämtheit! Na gut! Halt! Fünf! Der hat einen Raketenwerfer, der Typ, ne? Tauscht den Raketenwerfer aus! Kommt her zu mir! Komm jetzt her! Wie? Volle Rüstung! Warte, warte, warte! Ich brauche auch volle Lebensenergie! Fast! So! Dann speichere ich hier nochmal! Sorry, aber... Muss sein! Muss sein! Muss sein! Muss sein! Wenn ich bitte... ...sich... ...ma... 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 Oh! Alter! Was ist denn... Sorry.... Ich dachte, ich muss wieder alles einschlagen. Wo kann ich mich denn da verstecken? Okay. Die sind noch nicht alle tot. Da sind noch zwei. Oder einer zumindest. Alter, ey, hier. Ich glaube, es hackte bald. Ich würde ja gerne nochmal zurückgehen und mir die zurückgelassene Rüstung holen. Aber. Uah. Warum? 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 Alter. Meine Fresse, ey. Uah. Das war jetzt die Arschnummer. Alter. Echt, ey. Hier. Schwein. So. Entschuldigung. Weiter geht's. La, 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 la. Oh. Aha. Die Rammelmeier-Anlage liegt gleich davor. Offenbar ist das größte Kontingent feindlicher Truppen in diesem Gebiet. War ja klar. War ja absolut klar. Ich hab kein Zielfernrohr, verdammt. Was? So, wenn ich einmal da unten bin, gibt's kein Zurück mehr. Was? Warum? Alter, du Idiot. Drück auch die richtigen Tasten. Oh oh. Ähm. Nein. Alter. Haha. Kann ja mal passieren, ne? Pendleton Machinery. War ich ja nicht schon mal? Hä? Wo ist er? Wieso ist die Tür jetzt auf? Die Situation in Orban scheint sich zuzuspitzen. Kurz nachdem ein Hubschrauber des US-Militärs auf dem Dach eines leerstehenden Hotels abstürzte, wurden heftige Kampfhandlungen in der unmittelbaren Umgebung gemeldet. Die Polizei hat das Sperrgebiet auf Orban ausgeweitet und mit der Evakuierung des Industriegebiets begonnen. Okay. Offenbar bin ich den richtigen Weg gegangen, ne? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh, dunkle Gänge. Nein, ich bin garantiert den falschen Weg gegangen. Halt. Checkpoint. Nicht gut. Der Romane ist ungewöhnlich. Alle Einheiten sichern die Erste ohne Horteingang. Verschaden. Haha. Ich will nochmal speichern bevor das jetzt los geht. Jut. Oh. Ich will nochmal drehen. euchque-